Menschen mit Herz, Autos mit Charakter. Herzlich Willkommen beim Autohaus Scharfenberger in Ingersheim. Als Skoda Autohaus bieten wir Ihnen ein rundum fantastisches Paket an Leistung und Betreuung an. Gemeinsam ermitteln wir Ihren Bedarf. Ob neu oder gebraucht wagen, wir kümmern uns um Ihre Wünsche und Anforderungen. Um es Ihnen bei Ihrer Entscheidung leichter zu machen, haben Sie bei uns jederzeit die Möglichkeit, Ihr Traumauto ausgiebig zu testen. Auf Wunsch läuft der Übergabeprozess auch kontaktlos mittels 24 Stunden Schlüsselsafe ab. Als Kunde vom Autohaus Scharfenberger erhalten Sie nach der Fahrzeugübergabe zudem unser Scharfenberger Kochbuch sowie unsere Premium Card, mit der Sie viele Vorteile genießen. Glückliche Kunden sind uns wichtig. Daher sind wir auch nach der Übergabe Ihres Fahrzeugs immer für Sie da. Wenn die Zeit gekommen ist, ist Ihr Fahrzeug bei uns auch zum Service in den besten Händen. Gemeinsam besprechen wir alle anstehenden Arbeiten und machen nichts ohne es vorab mit Ihnen zu besprechen. Mit der neuesten Werkstatttechnik führen wir Wartungen und Servicefälle durch. Unser Werkstattpersonal wird durchgehend geschult und weitergebildet. So dürfen wir beispielsweise auch an das Herzstück Ihres Elektroautos. Und wenn es dann doch mal Probleme mit dem Blech gibt, können wir auch hier auf kurzem Weg reagieren. Im Fall von Karosseriearbeiten oder eines Lackschadens sind die Wege sehr kurz. Wir können alle üblichen Reparaturen in unseren Hallen durchführen und Ihr Auto anschließend wie neu erstrahlen lassen. An unserem Standort in Ingersheim haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihr Elektroauto über unsere öffentliche Ladestation zu laden. Wir sind sehr stolz auf unsere Kunden und auf unsere Region. Daher liegt uns die Unterstützung der Vereine sehr am Herzen. Was man hier lernt, ist unbezahlbar. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick bekommen. Natürlich würden wir uns sehr über einen Besuch freuen. Mehr Infos unter www.autohaus-schaffenberger.de